Mein Name ist Duos Pieri, ich bin von der Firma Swiss Aufmass und wir sind im Bereich Aufmass Dienstleistungen unterwegs. Bei Swiss Aufmass bin ich hauptsächlich unterwegs, um Aufmasse zu nehmen von Küchenarbeitsplatten. Wir vermessen Räume für Küchenstudios und wir machen auch Raum auf Masse. Hier in diesem Gebäude werden wir die Küchenarbeitsplatte aufmessen mit allen Ausschnitten und Angaben. Die einzelnen Arbeitsschritte sind so, dass ich zuerst mich installiere mit dem Gerät und dann die Konturen der Arbeitsplatte aufnehme, inklusive der Ausschnitte. Die Herausforderung in dieser Küche ist, dass wir die exakte Masse aufnehmen können, damit das Erstellen der Arbeitsplatte problemlos vonstatten geht und die Küchenarbeitsplatte dann auch verlegt werden kann ohne Nachbearbeitung. Mit dem IconTrades arbeiten wir seit gut eineinhalb Monaten. Das Gerät ist sehr einfach in der Anwendung. Es ist intuitiv, benötigt etwas Einarbeitungszeit, aber wenn man es einige Male gemacht hat, läuft es wie von selbst. Bevor wir dieses neue Gerät angeschafft haben, waren wir mit dem Leica 3D-Disto unterwegs, um Aufmasse zu nehmen. Mit dem neuen IconTrades sind wir wesentlich schneller auf der Baustelle mit dem Installieren von dem Gerät. Das Gerät ist innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Wir können verdeckte Kanten und Winkel messen mit dem neuen Stift und auch die Software bietet einiges. Im Vergleich zu 3D-Disto hat die neue Kamera viel die höhere Auflösung. Der Zoom ist sehr gut und man kann da sehr exakt arbeiten, auch auf weite Distanzen. Bei der neuen Software gefällt mir besonders das Anlegen von Projekten mit Angaben wie Adresse, Standort, man kann ein Übersichtsbild erstellen. Wir können die Daten direkt übermitteln nach dem Messen. Wir können sie in die Cloud laden. Am besten gefällt mir die Funktion mit dem V-Pen, das Auto-Tracking, dass der Laser automatisch dem Stift folgt. Das Gerät misst mit einer Genauigkeit von einem Millimeter auf circa zehn Meter und diese Genauigkeit ist für unsere Anwendung absolut genügend. Das Schöne mit dem IconTrade ist, dass man hier die Herausforderung von den Winkelmessen sehr einfach gelöst hat mit dem Linien-Scale. Da werden die Winkel automatisch mitgenommen und die Platte kann passgenau produziert werden. Der IconTrade hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Im Vergleich zu früher ist es heute viel einfacher zu messen, da man alles digital erfasst. Man hat keinen Meter, keine Wasserwaage, keine Zettel, keine unleserliche Schrift, die man am Schluss im Büro nicht mehr entziffern kann. Die drei grössten Vorteile vom IconTrade sind für uns das schnelle Messen mit dem Stift, dass wir in verdeckte Ecken kommen, das einfache Bearbeiten auf dem Tablet und das anschließende Versenden direkt in die Cloud oder zum Endkunden. Zu einem herkömmlichen Aufmass mit Meter und Wasserwaage spart man hier mindestens 20 bis 30 Prozent Arbeitszeit und zusätzlich das Endergebnis ist bereits digital ohne Nachbearbeiten. Für das Aufmass von dieser Küchenarbeitsplatte bin ich total ungefähr 30 Minuten beschäftigt mit Messen, Installieren und alle Daten aufnehmen.